Zeit fürs Frühstück! Yum, yum, total gesund! Wir haben hier einmal einen Pumpkin Donut, einen normalen Glazed und einen Manhattan Cream heißt es, glaube ich, hier nicht Boston Cream. Wäre ja auch doof in New York. Und zu den Donuts gibt es eine riesengroße Tasse voll mit Kaffee, auf der zufällig Berlin steht. Hm. Nach dem Donuts-Antag, wie viel sind wir jetzt schon hier? Dienstag ist heute, geht es jetzt endlich raus. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg, um ein paar Outfit-Bilder zu machen. Auch wenn ich genauso aussehe wie immer, meine schwarze Bikerjacke an und meinen roten Schal um. Beziehungsweise orange-rot ist der nicht. Aber der ist einfach so schön warm. Und jetzt suchen wir uns eine tolle Foto-Location. Und dann haben wir das hoffentlich schnell im Kasten. Hört ihr mich überhaupt so laut hier? Na ja. Fisch-Piet-Haus. 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 So, in welche Richtung filmen wir denn? Fotografieren wir denn jetzt hier lang? Oder da? Fisch-Piet-Haus. rebuilding filmen quieren zu erinnern. Fisch-Piet-Haus. Fisch-Piet-Haus. Schön, ne? Süß, ne? Mhm. Nicht fest. Sieht aus wie ein Monster. So ist es irgendwie immer. Aber wenn wir am Cats vorbeikommen, dann müssen wir da auch ein Sandwich kaufen. Diesmal gibt es einen Holbein. Sandwich. Sandwich? Ja. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Eigentlich wollten wir zum Brett gehen. Gesundes. Aber egal. So, wir gehen jetzt noch durch den Washington Square Park Garden. Der ist irgendwie an der Uni. Und dann machen wir uns auf den Heimweg durch Soho. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Ich finde ja diese typischen New York Häuser mit den Feuerleitern so schön. Da gibt es einige, die sind sehr schön renoviert. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.